willkommen meine lieben freunde von youtube willkommen im neuen video die wir spielen ja seit längerem die warcraft 3 kampagne und 3 report und sind heute im dritten teil der untoten kampagne angekommen wenn wir jetzt schon mit den orks im prolog und mit den menschen spielen durften jetzt mit den untoten ich freue mich sehr dass sie da ist ja einfach unten mal liken und schreiben das würde mich sehr freuen ich würde mich da sehr dafür bedanken weil es das machen möchtet was nicht erzählt euren freunden durch machen dies freue mich auf jeden fall dass sie wieder dabei seid und wir gehen direkt mal rein oder mal dass die lavo ecke aber normalen geben so und an bm sollte so passen ich hoffe und denke dass dieses video eine neue ära der qualität ein nimmt denn ich habe festgestellt dass die letzten videos irgendwie alle nur mit 4000 mit einer bitrate von 3000 gedreht worden sind und man teilweise die texte schlecht lesen konnte beziehungsweise so eine art verpixelung da war ich habe jetzt meine streamlabs einstellung noch mal komplett überarbeitet die bitrate verzehnfacht und bei test video dies gedreht und der unterschied war halt gigantisch ich hoffe dass meine grafikkarte und meine ressourcen an sich das jetzt stabil mitmachen und ihr einfach eine bessere qualität und mehr spaß an diesem video haben könnt und wir gehen direkt rein die campagne campagne baby genau das war noch nicht freigeschaltet hier ist noch der mysteriöse pfeil auf die dritte seite an ein bisschen noch nicht rein wir machen auch schon mal die unterten campagne breite ich hoffe der ton passt und qualität ja sowieso ich habe noch ein lämchen angemacht es heute ein bisschen regnerisch draußen ein bisschen dunkel ja selbst jetzt es ist kurz nach mittag verrückt oder kurz mittag setze ich mich hier hin hätte ich nichts zu tun tatsächlich heute mal frei und freue mich diesen freitag und euch genießen zu dürfen du jetzt ist natürlich moment warum denn jetzt kapitel 2 ich habe in meinem ordner der walkthrough video dies schon zwei und toten zwei und toten teile aufgenommen vielleicht habe ich mich verschrieben egal wir gehen einfach mal in kapitel 2 und gucken was uns erwartet am nächsten morgen am rande von andor hall das habe ich doch schon mal gelesen was ist da los sag bloß es hat vielleicht nicht gespeichert hoppala das lege ich noch mal kurz meine aufnahme rein oder hat es gebrochen zwischendurch das kreisig selber zu sehen oder nicht das war kapitel 1 und warum habe ich das kapitel 2 genannt was los mit mir ok das ist ja witzig das war gar nicht ich habe mich tatsächlich verschrieben juli alles klar es war noch kapitel das ist ja ich möchte ein bisschen was mir hat es tut mir so leid schon wieder völlig im erzähl waren so jetzt alles klar weiter geht's sorry danke für eure geduld ihr seid geil ihr seid geil mit diesem schlichten behältnis könnt ihr die überreste unseres meisters transportieren könnt ihr die überreste nicht einfach erwecken wenn wir sie finden verzeih aber ein riesen mit kaltusatz macht kann nur in einem nexus starker lege energie wieder erweckt werden und solche auto gibt es in diesem land nicht nun gut lasst uns aufbrechen so kleiner oh da kommt direkt die subscription noch mal eingeblendet ja moinsen alles klar kurz durchlaufen war nicht geplant aber egal was ich euch erzählen wollte wir hatten ja letzten male schon so oft drüber geredet ob das jetzt alles so hieß mit strahlbrat und frost kram und so weiter und so fort ich hatte jetzt tatsächlich noch mal gestern oder vorgestern ein video gesehen oder weiß gar nicht ob das vielleicht sogar noch ein altes video von mir selber war von 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 vor sieben jahren von 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 vor sieben jahren und da hieß zum beispiel frost kram frost morn und da dachte ich ja geil also die die klinge vom bösen arters dachte ich ja stimmt natürlich so hieß das also war die vermutung schon richtig dass das früher damals zu den guten alten zeiten aber ich anders hieß aber es lief jetzt zumindest flüssig dass die video sequenz schon mal cool also tötet den paladin bringt arters zu keltus als grab arters muss überleben und dann haben wir noch zwei unentdeckte quests alles klar ich habe schon so lange nicht mehr gezogen okay die sind auch noch leer eine neue einheit die fleischwagen ihr seht wie so eine art katapult und die kann halt die leichen am boden einsammeln wir können das ja mal an dem pferd demonstrieren oder auch nicht weil es platzt ja geil ok alles klar das habt ihr nicht gesehen niemand darf darüber reden das ist schon wo es ist eine hütte drin haben wir eigentlich unsere ganzen items verloren sehr bitte ja gott katapult for the win gut es ist sowieso ein kontrolltum der nicht angreifen kann aber auch sich egal jetzt so jetzt aber und die können jetzt die die leichen die dabei beim kämpfen entstehen verstauen und dann können wir die später wieder rausholen und essen da wieder vorfahren kann ich angreifen vorfahren alterische engines sind das sind unsere vorfahren jetzt müsste aber noch eine leiche geben zum essen oder komisch war noch zwei gegner wer weiß wer weiß oder hat einer die eingesammelte würde man oder egal was geht oder ostkram ja klar ja kümmern wir uns einfach außer entfernung die wachtürmchen jaui waui ich muss noch eine stunde so oder oder mister jose eine zuschauer helden des friedens das klingt ja wirklich das klingt wie so eine gab zu ddr zeiten war so eine radgruppe die fuhr immer quer durch deutschland also es war so eine friedensfahrt und das klingt so ein bisschen wie so eine sportgruppe aus den guten alten ddr zeiten helden des friedens das ist so ihr lieben endlich gegner angriff sehr gut ist ja moinsen keiner hier gefährlich kommt machen die katapult uns auch damit schnee oder es ist meine freunde es nährt euch höhlt eure leiber klang so ein bisschen so akkulit oder höhlt eure leiber mein leben für nersul sehr was viele nicht wissen ich habe damals die texte eingesprochen für für reforged muss ja noch mal alles neu aufgenommen werden die ganzen audio files und habe ich das damals eingesprochen macht ihr müsst einfach mal die augen zu machen stellt euch jetzt so ein akkuliten vor achtung mein leben für nersul und habt es erkannt ja das war ich tatsächlich unglaublich oder könnt ihr augen wieder öffnen wenn er sich dann gemacht hat die katapulte machen mir schaden sag ich mal ja hat ihn nur rat junge die katapulte und schaden also kann doch eigentlich gar nicht sein oder normal cool werden sehen er doch noch die machen uns auch schaden seit wann machen denn die uns selber schaden habe ich echt nie gewusst jetzt werdet ihr leiden krass aber machen die machen die art ist auch schon tatsächlich hätte ich nicht gedacht aber die die mortars die machen doch den menschen kein schaden das wäre mir jetzt neu weil ich habe ich meine ganzen meine ganzen google verloren durch mein friendly feier baby nichts so schlimm wir kommen schon durch helden des friedens nicht gut ich finde sie gut vorsicht komm jetzt greif an greif der macht was uns da wohl erwarten mag oh da kriegen wir bestimmt support oder das ist schon besser kommt totenbeschwörer die mächte denen ihr einst dientet fordern euch erneut ich sagte doch mein tod ändert gar nichts verflucht höre ich jetzt gespenster ich bin es ich habe mich nicht in euch getäuscht prinz arthas ja geil melganis ach ne mitochondrius diese überreste sind stark vermisst so überstehen sie die reise nach kaltalas nie kaltalas genau nur die energien des sonnenbronens bei den hochelfen können kentu sagt wieder erwecken was muss ich dafür tun ihr müsst den paladinen eine ganz besondere urne entreißen darin werden die überreste des totenbeschwörers sicher die reise überstehen wie ihr wünscht bedingungslose angestellter sage ich mal ja mein support 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 oh da haben wir unsere polyten ja geil da können wir jetzt was bauen oder ja mein schicksal ist besiegelt warte erst erkennt ihr meine stimme die untoten müssen eine goldmine verhexen bevor die akkolyten mit dem goldabbau beginnen können kriegen wir hin Achtung mein leben für nersul so was gibt es denn hier in der tür nicht laufen sehr geil wir sind einfach durchgekommen und die tür ist nach wie vor verschlossen da bleiben eine paladine 3 ok 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 wo sind wir wieder in dem sind wir wieder in der ortschaft wo die das hier wieder das dorf ohne namen diese katapulten die machen mich irre ich lass die manche stehen die ballern mich ja nur wieder platt und kommt diesen paladin hallo da so was keine gegner sind elodie helden des lichts das konnte man das jetzt machen erholen sie sich schneller hat es gehört ich würde einfach mal die ganzen jansen gebäude friedhof machen wir noch entschuldigen ja ich glaube das gab es früher nicht alles besser versorgt er die untote armee mit frischen kader ja jetzt ist gut das ist doch mal ruhig sei mein kollege wenn man in der abbahn hier sind noch zu sparen ich gucke erst mal ob es noch ein bisschen erfahrung unterwegs gibt ja zum beispiel okay was das bräderischer zauberer mit dem anzug blaue augen schön da steht einfach den ganzen tag hier und wartet bis jemand vorbeikommt oder fragt man sich doch die hier wurden die alle in der kleinen hütte drin alter das muss ja wirklich super eng sein ja das ist tatsächlich schon ein bisschen speziell bei den untoten dass du die google am anfang mitnimmst als nahkämpfer und die halt gleichzeitig noch für den holzabbau verantwortlich sind intelligenz plus eins so beschwört 30 urans können wir machen jetzt ja ich noch irgendwo lang geht es noch dann gucken mal was hier noch ab geht ich dass wir überrascht werden alle reihen in die goldmine ach so genauer zigorens braucht man ja zu nach vorne also genauso wie wenn wie beim menschenhof aber mit der funktion umzuschießen wenn wir die dann endlich wenn man die upgrade zu die hier geht es ist das tierchen mal kurz mal kurz erledigen und dann halten wir uns einfach erst mal das auf das spachteln maurer oder was gut zweit beruf mauer das ist natürlich immer wenn man jetzt hier so einen baum entfernt und der kann sie jetzt mal richtig gönnen spülen in hirsch leider das da 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 gut da müssen wir jetzt wahrscheinlich erst mal hier an ich hatte bild dinsen da heilen habe ich denn jetzt überhaupt gekriegt oder hatte ich nur 10 ich hatte doch nur 10 oder 10 von 33 von 10 ach so stimmt bei den untoten ist es ja so ja ich hab's schon länger nicht mehr gezockt man merkt da braucht man nur sagen nur kurz denn den bau an triggern und dann hat sich das gekümmert der menschen verteidigung genau jetzt haben geisterturm 27 der mensch dahinter sammeln wir jetzt ein bisschen die katapult und dann stellen wir mal noch einen akku lüten dazu der dass eine katapult wieder heilt und das ist gut geplant gut geplant oder ich sag euch seitdem ich wieder streame und aufnehme habe ich mit so vielen freunden geredet und ideen gesammelt was ich noch machen könnte was ich aufnehmen könnte worüber ich quatschen könnte podcast richtung sage ich mal aber es ist so so ein haufen von ideen so ein helfen deine schönen augen das ist einfach so viel ich mache das so stück für stück noch ein bisschen dazu machen aber gucken was sie noch so ergibt erst noch mal schöne kampagne zu ende und dann kommt ja auch schon die herbst und winterzeit wir haben jetzt mitte september 2021 falls wir mal in 15 jahren sehten und ihr wissen wollt was habt ihr eigentlich was hat er eigentlich hat für einen tag und dann kommt ja die winterzeit herbst und winterzeit und da ergibt sich bei mir meistens etwas mehr freizeit als sonst im jahr und die könnte man natürlich nutzen für solche projects also ich sag mal so ich habe ich habe ich habe ja komm ich baue jetzt einfach hier alles zu aber wir brauchen mehr holz was kostet denn der google 120 ok 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 ja also wie gesagt ich könnte theoretisch massen an content produzieren das werde ich schon ganz geil es muss halt spaß machen das ist das wichtige jetzt geht spaß macht mag man das im neuen mit 100 euro ist na du alte zelle was geht bei dir er braucht seelen was bisher furchtbar muss ich die mal auf essen gehen lassen wir keine leichen ausgelutscht auch jetzt krasser typ das war es jetzt wir wollen uns einfach nur zeigen dass er die aussaugen kann oder was mensch junge gg hier geht es nicht lang hier ist die brücke zerstört das heißt von der rückseite sind wir relativ state kann jetzt hier niemand zu uns kommen hier geht es nicht lang hier haben wir alles oder naja mal ist erkundschaftet bis in die letzte hätte ich meine ich denken können dass hier noch was fehlt ok 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 nein gestern er ist ja krass kann ich dann in den basis reinlocken schon ziemlich nice der macht uns tatsächlich richtig viel okay da haben wir es nicht gepackt ist eine so schlimm ich habe eine witzige idee ich baue hier einfach mit mein kollege das ist doch die lösung oder wir bauen hier einfach ein turm hin und schießen den richtig schön weg es geht ja gar nicht also kind und totengelände egal kommt das was jetzt auch egal so jetzt wollte ich mal noch einen akkuliten hier hinsetzen einfach nur zum heilen oder man setzt sich hier direkt als wegpunkt in die goldmine und schick aus der goldmine ein hoch effektivität muss gewährleisten sondern bauen wir einfach noch massiv viel wurde wir können ja sonst nichts bauen aber dann ist eigentlich von denen wir schicken die mal wir gehen jetzt noch mal kurz unten gehen wir gehen jetzt runter und knappen uns den ist er ist ja ein stein gemeißelt nicht schlechter mit zwei dein leben ist nicht in stein gemeißelt nehmen hast du bin ich haupt aus ja wird das bauen noch schön aus dann können wir noch was geiles diese halle der dingster bums da allerdings da kennt er ja schon bekannt ich schicke jetzt einfach alle reine mit mir egal wie man stirbt wie mein gott was nie richtet bei zigoratz genau gehört junge energieanhänger gibt mir den sheet erhöhte die maximale mahle um 150 ja nicht schlecht das ist 50 prozent obendrauf vorher 300 könnt ihr selber sehen mit ihr brauchen einfach noch weiter auf die beteiligungslinie ich liebe sowas nicht so ein richtiger wall bauen ich setze 10 grad hin und wenn ich dann welchen helden wieder beleben muss dann packt er bestimmt hier irgendwo drin rum ha 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 verlustig wie lange dauert die noch so weit so gut hier oben nicht weiter also jetzt hier wieder können wir uns ja mal den typen hier holen den paladin unserer mit unserer cool cool was ich bin doch nur mein bruder dein bruder ist auch die seien in den bach runtergegangen er verdient einen grausamen tod wird selber gedanken machen was warum sich alle von dir abwenden vielleicht liegt es ja gar nicht an mir oder an an uterus liegt ja auch an dir kleiner klug scheiße du wolltest immer alles besser wissen das ist immer du bist das klar aber dabei jetzt ja was noch mehr mensch muss irgendwo nest sein muss irgendwo nest sein endlich die locken wir jetzt mal runter zum türm ja der generation platz jawohl eingeballert also ich könnte mal hier gruppieren ich probiere die katapulte nämlich die nämlich auf gar keinen fall mit never jetzt haben wir das abgekriegt jetzt können wir doch hier dings bauen dieses schlacht haus hier soll es hier soll platz kommen mein schlacht haus ballador der helle ja ja der sucht sich immer die kleinen aus immer auf die kleinen was das ist jetzt weiß ich warum die sich alle von dem abgewandt haben weil er immer noch die kleinen geht ich so wie ich muss sagen es ist auch ein bisschen also mir tut es auch ein bisschen leid also jetzt die paladine wegballern muss aber und so machen was machen sachen das ist schon besser wo jeder letzte überlebende aus dem dorf wird ohne gleichen sein so jetzt okay aber keine wiederbelebt ich jetzt mal interessieren würde wir hätten jetzt ja theoretisch die möglichkeit okay wir können nur fleischwagen bauen wir können doch jetzt theoretisch einfach unsere base riesig machen riesig machen oder vorsicht wir bauen uns jetzt einfach hier so eine ganz lange schlange an tauren also ich finde es irgendwie witzig wenn wir es witzig es dauert ewig natürlich irgendwie sitze ich doch ich muss noch müssen das mikro das sind zu mir bringen gesunde rückenhaltung freunde es a und wenn schon zocken dann gesund das ist das schwere los wenn man pflanzen bei sich in der wohnung kann und dann irgendwie so jeder muss ich auf denen jetzt hier drauf fliegen und immer ran immer ran immer ran so eine fliege ist eigentlich auch armseliges wesen oder die lebt halt nur so kurz und dann irgendwie die ganzen kollegen werden irgendwie also eine fliegenfalle gefangen und ja und dann irgendwie können die miteinander so reden dass sie haben irgendwie so eine richtig schlechte kommunikation fliegen und eine fliegt so in die fliegenfalle und bleibt auch so dran kleben und der andere sieht das und sagt nix der sagt dann zu seinen kollegen er hat nachher heute bei eurer nächsten tour ne passt auch dort vorne da hat es einen erwischt so vielleicht einfach mal einen bogen drumrum machen moin's mary bist du es kannst du noch an mich erinnern einem anderen leben da hat mir zusammen popcorn gegessen mary dann kommt er und dann fliegen die halt trotzdem wieder alle die fliegenfalle und dann hängen die so sagen so so 30 leute leute so 30 nebeneinander das sind so kollegen und dann kleben die halt so und dann sagt der eine so zum anderen warum klebst du denn hier wollen wir ein bisschen abhängen so und dann hängen die alle zusammen ab und dann möge das licht bei der glatzen kopf hat das herz gebrochen weiter ohne zu zögern sein leben für euch gegeben und so dank ihr ihm seine treue ja ja tut mir leid agatius der weise beziehungsweise haarlose irgendwas anderes jetzt wäre ja im kopf so ohne haare ist immer ein bisschen zurück näher dann hängen die alles zusammen ab und dann irgendwann dann irgendwann fängt der eine so ein ja ich habe nicht hunger und dus so wie wär's denn und dann merken die so an die wir können ja gar nicht mehr weg sagt er so jedoch wir können weg und dann fliegt der versuchte los zu fliegen und merkt er kann auch eine weg und dann hängen die alles ineinander und und niemand kommt wieder weg traurig habt ihr es überhaupt checken dass die nicht mehr richtig wegkommt für den lichtkönig dienen und gewesen kommen jetzt egal zu es sei du hast verloren sie ist ein sie ist ein was verloren und du hast nämlich bis dahinter sind die schon gekommen mal gucken weil wir kommen wir denn zimmer wenn wir noch irgendwas machen reden den podcast podcast aus der sicht einer fliege noch mal ich eines die beschwörung ist abgeschlossen stücke zurück die tun der turm nervt ostkram schön geschnetzelt schön geschnetzelt können uns erst mal wieder ein bisschen die kurve vielleicht vorsicht die nerven ja wie so fliegen wie fliegen sind die völlig unnütz helden der wahrheit also jede gruppe von also jede gruppe von units um einen paladin haben andere namen helden der freiheit helden der wahrheit helden des lichts aha die da so eine art konkurrenz zwischen sich verstören ja ich habe schon gesagt geschlossen so direkt können wir nicht noch level näher schon bestimmt hier der cap erreicht oder 500 cr511 jetzt wollen wir uns erst mal die kasernen damit hier mal ruhe ist ich kann ja der war sein ja da müssen die echt soweit ist alles abgegrast das hier geht noch was man sieht halt bei den untoten nie ob die holzfälle untüchtig sind ist natürlich ein bisschen genau ausbildung sag ich mal in sich zusammengefallen euer befehl meister hier ein stückchen weiter so zu eng ja meister spricht dummkopf für den lichtkönig eigentlich helden der wahrheit müssen der wahrheit ins gesicht blicken sie haben verloren und der stärkste paladin da ist dann bestimmt stufe 6 und erwartet das ist eigentlich muss sagen es tut mir irgendwie schon es tut mir wirklich leid die abzuschlagen ich gewähre euch einen schnellen tod in der urne ist die asche eures vaters und ihr sie ein letztes mal entschänden ehe ihr sein königreich den verfall überlast ich wusste nicht was darin ist aber eine rolle spielt es nicht ich nehme mir so oder so was ich will ja ich gehabt guter holi stube 10 ok vorsicht die beschwörung ist abgeschlafen oder respekt noch schlecht zu erzählen das ist schon erstmal schaffen was jetzt muss ich hier lang oder weil es nicht direkt im direkt in der flucht ist oder was die mauer blockiert so ne das ist weil es weil es fester weg ist und kein gras na ja hoffentlich kommen wir durch ich habe so viel bock denn zu schießen der mich einfach jetzt hier meine meine tower an rück das dauert wahrscheinlich auch zu lange oder hier kann ich nichts hinbauen gerade so jetzt 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 die beschwörung ist das müsste das müsste reichen jetzt ist reich das reicht okay wirst du also wisst ihr das richtig geil wenn ich das jetzt das jetzt durch die durch die häuser so durchgehen würde das wäre geil ich werde mehr gebrauchte nein bist du schon noch können es gehen aber es ist schon ja schon geil mein schicksal ist besiegelt vorsicht endlich dann hier so in der base stehen können sag ich mal udo mal so jetzt mal in ruhe angucken vorreibe ich doch noch in sammeln ich habe eine idee oder was wir hier so sagen ich habe schon eine idee dann brauche ich mich noch eins von ja das habe ich ja eigentlich eins huch das ist ein schlag so werde ich das ist ja geil nein nein es geht nicht ich kotze ich kotze ich kotze ich kotze so schade oh man was geht es hier gar nicht oder was ich meine nur nein das geht nicht wir haben jetzt extra so gebaut kann da niemand erzählen voll leute wenn man einmal schießen ich kann ja auch einfach sowas hinbauen so keine fläche die groß genug ist doch hier das ist jetzt schon zu krass oder direkt so hin hier so ja der ist klar in der zwischenzeit schon ein bisschen nerven und deswegen sind die soldaten jeder ist ja ganz allein hat ja gar nichts aber jetzt ein bisschen leid so arme geiler mutter ich lasse jetzt mal noch ein paar kills holen das sind kleiner keine aufmunterung vor seinem tod ist so schlimm nein Uta oh hier geil ich hoffe ihr findet euren Tod einsam in Eis und Finsternis Arthas da könnt ihr lange hoffen Uta ich erabsichtige ewig zu leben boah das ist schrecklich Puh harter Turbac Leute wenn ich die Urne einsammle dann ist doch bestimmt die Map vorbei da warte ich erstmal noch ich gehe erstmal noch mal kurz zu gucken ob hier noch was geiles rumliegt Quests haben wir alle erledigt ich klicke hier unten ja noch irgendwie das drachenschwert plus 10 oder so das ist schon drachenschwert plus 10 oh wer ist das Kenshin ey das ist doch das muss irgendwas sein die Beschwörung ist abgeschafft hier Kenshin Kenshin ey das ist doch irgendein das ist bestimmt ein Entwickler oder so oder 120 HP das muss irgendwas besonderes sein ich wette das ist irgendein Insider hier gibt es nix schade nix wenn es jemand weiß bitte mal in die kommentare schreiben wenn man schon hier einfach kugeln oh ja geil Rolle des Schutzes brauche ich gar nicht aber wir könnten das können wir ablegen da brauchst du da brauche ich schon irgendwie längst wenn man schnell sein kann drück 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 meister das hätte gereicht es hätte gereicht hätte nicht gereicht hätte nicht gereicht na dann dann auf zu ohne ursprünglich wurde die asche vom könig terrenas in diesem und aufbewahrt bis zihon rührte sich das gehst ausgezeichnete ausgezeichnet sagt ihm nichts nur ihr könnt mich hören man kann den Schreckenslords nicht trauen sie sind es die den Lichtkönig gefangen halten ich erkläre euch alles wenn ich wieder liebe ganz schöne Intrige hier was selbst die Untoten unter sich Bäm Geil Bewertung 28.000 völlig nichts aussagend Oh das wollte ich gar nicht aber das ist nur ein Video das lassen wir mal laufen In der Zwischenzeit in der Zitadelle der Schreckenslords irgendwo im wirbelnden Näter Neffer Der Kriegsrat Ein Interludium Geil In dem Grafik Schön 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 Verläuft alles wie geplant Einen Hier der junge Todesreter des Lichtkönigs macht seine Sache gut fast so gut ich frage mich ob Ner'Zul Hintergedanken für seinen neuen Helden hegt Auf lange Sicht ist der Mensch bedeutungslos Ner'Zul wurde es nicht wahrn sich gegen unsere Ziele zu stellen Wir müssen nur Sorge tragen, dass die Geißel das tut, wofür sie geschaffen wurde. Archimond lässt uns kröpfen, wenn wir der Situation nicht herbleiben. Glaubt mir, Bruder. Weder der Lichtkönig noch seine untoten Lakaien werden die Rückkehr der Region gefährden. Sorgt dafür. Lord Archimond macht kurzen Prozess mit Versagern. Alles klar, kurzes Meeting, was? Kurzes Meeting der Schreckenslords. Jo, jetzt würde wahrscheinlich direkt Kapitel 3 starten. Das machen wir dann im nächsten VOD. Ich gehe erstmal kurz raus und bedanke mich fürs Zusehen. Ich mache hier erstmal einen Cut. Das war jetzt Untotenkampagne Teil 2. In dem Sinne, warte, gucken, was passiert, wenn ich jetzt Windows-Taste drücke. Nein, es geht trotzdem los. Auch nicht? Wird schon bleibt Spaß. Egal. Wir kriegen das zusammen hin, Freunde. Danke fürs Zusehen. Wir schauen, wie es weitergeht mit den Untoten Lords. Hier, falls ihr Bock habt, jederzeit informiert zu sein. Ich würde mich sehr freuen. Und dann schauen wir mal im nächsten Video, was jetzt nach diesem Business-Meeting der drei Schreckenslords als nächstes passiert. Offenbar gibt es da auch Ängste und Hierarchien und alles ganz, ganz schlimm und voller Intrigen. Tja, ich würde sagen, wir schnetzeln uns dann das nächste Mal einfach durch die Intrigen durch. Ich danke sehr, sehr, sehr fürs Zusehen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann und tschüss. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.